Auf einem Hügel. Man erkennt auch sehr schön den Wall außen herum, das Ding hat ca. 7-8 m Durchmesser und eine Tiefe von 2,5 m. Ja, hier sieht man noch einmal, dass das Objekt ein bisschen tiefer ist als sonst. Heute ideal trocken, sonnig und die Vegetation jetzt Ende April ist noch ziemlich am Anfang. Das Objekt in den Wall. Andere Seite. So wirkt vielleicht einen sehr ausgeprägten Wall auch auf. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.